Wir haben nun weitestgehend den Begriff Wissenschaft geklärt. Wir kommen nun zum zweiten Element im Namen unseres Faches Politikwissenschaft, nämlich dem Politikbegriff, und wollen hier einen klassischen Politikbegriff unterscheiden von einem alternativen, modernen Politikbegriff. Klassisch wird gesagt, dass Politik jenes Handeln ist, das auf die Herstellung allgemeiner Verbindlichkeit zwischen Menschen und Gruppen von Menschen abzielt, das heißt auf Normsetzung im politischen System. Wir erinnern uns, Normen als wertegestützte, intersubjektiv geteilte, Erwartungen angemessenen Verhaltens, das heißt Normsetzung im politischen System. Das ist ein klassischer Politikbegriff, den Sie in vielen Lehrwerken zur Politikwissenschaft finden. Ein alternativer Politikbegriff geht weit darüber hinaus. Es geht hier nicht mehr um Normsetzung, also Verbindlichkeit für Menschen, die durch das politische System gewährleistet wird. Es geht um unsere Gesellschaft. Es geht darum, wie ich als Professor meinen Studierenden gegenüber trete, ob es für mich eine Rolle spielt, welche Hautfarbe diese Studentin, der Student hat, welcher Religion sie oder er angehört. Es geht darum, was meine Studierenden morgens essen, ob sie mit dem Auto zur Arbeit fahren. Es geht darum, wie sie sich kleiden, es geht darum, wie viel Energie sie verbrauchen, es geht darum, wie sie mit anderen Menschen zusammenleben. Das heißt, Politik nimmt hier viel, viel weitere Formen an. Es geht eben auch darum, dass hier Moral drinsteckt in einem Politikbegriff, dass Gutes von schlechtem Verhalten in unserer Gesellschaft unterschieden wird, dass wir unterscheiden zwischen sogenanntem methodologischem Individualismus oder dem Fokus auf gesellschaftliche Strukturen. Methodologischer Individualismus in der Wissenschaft bedeutet, ich interessiere mich für Trump, ich interessiere mich für Putin oder Angela Merkel. Das heißt, ich sage, Assad hat Schuld, Trump hat Schuld, Putin hat Schuld oder Merkel ist Schuld an der Flüchtlingskrise, die 2015 über die Bundesrepublik Deutschland hereinbrach. Gesellschaftliche Strukturen bedeuten dann, welche Gesellschaft macht dieses Handeln von Angela Merkel oder Donald Trump eigentlich möglich. Es geht dann auch darum, wir unterscheiden in der Philosophie zwischen ontischem und ontologischem Fokus. Das heißt, geht es darum, Sein in seiner allgemeinsten Form darzustellen oder geht es um einzelnes Handeln, über das wir dann das Ganze erschließen. Es geht auch darum, wenn wir einen alternativen Politikbegriff entwerfen, darum auch in der vergleichenden Politikwissenschaft, der wir uns hier annähern, um den Fokus auf Innenpolitik oder den Fokus auf globale Politik. Ich kann Ihnen mal ein ganz einfaches Beispiel geben dafür. Nehmen wir mal Wohnungsbau in China, was ja zunächst erstmal wirkt wie ein Problem, das nur China betrifft. Also wir haben mehrere hundert Millionen Menschen, die in den letzten zehn Jahren vom Land in die Städte geströmt sind in China. Das heißt, wir haben ein Migrationsproblem, wo wir zunächst denken, das sei nur ein chinesisches Problem. Das nächste Problem, was aber auf die Regierung in Peking zukommt, ist natürlich, wo kommen eigentlich die Wohnungen her? Wir müssen Wohnungen schaffen, also für die Migrantinnen und Migranten, die vom Land in die Stadt ziehen. Wo kommen die Ressourcen her? Müssen sie eingeführt werden? Welche Ressourcen werden verbraucht? Werden möglicherweise Hölzer aus Südostasien eingeführt? Führt das dazu, dass der Regenwald in Südostasien abgeholzt wird? Welche Probleme bringt das mit sich für Arbeitsplätze, für soziale Strukturen in Südostasien und so weiter und so weiter? Welche umweltpolitischen, welche klimapolitischen Probleme bringt das mit sich? Und wenn sie, mir ist es selber mal geschehen, dass ich in Peking des Nachts mit Jetlag aufgestanden bin und aus dem Fenster schaute und eine Baustelle sah, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag, wo aber keine Chinesinnen und Chinesen arbeiteten, sondern Menschen, das sah man sofort an ihrer Hautfarbe, die sicher aus anderen Regionen kamen, aus anderen Ländern kamen. Also wir haben hier ein riesiges Problem, Wohnungsbau in China, was zunächst wirkt wie ein Problem, das nur China betrifft, was aber letztendlich zum globalen Problem wird, wenn wir es analysieren, sezieren in ihre Kleinteile.